Jetzt müssen wir die Tür wieder öffnen. Ich will keinen Schaden kriegen. Oh, das war knapp. So, hier sind wir nach unten. Und hier kann ich jetzt speichern, hier bin ich außer Gefahr von allem. So, wir sind nach rechts gegangen und hier sind wir nach oben. Genau, hier haben wir alles versucht und hier ging nichts auf. Hier sind wir nach rechts und dann kamen die Typen da. Genau. So, speichern. So. Jetzt müssen wir die da wieder killen. Nein. Verdammt. Nein. So, holen wir uns die Karte. Der hier war es, oder? Ja. Und hier würden wir auch jederzeit nach links dann auch wieder kommen. Hier war es, glaube ich, auch der da, oder? Ja. Aua. Töten wir erstmal den da, bevor der uns auf den Nerven geht. Der hier war es, oder? Nein. Der da? Ja, der da. Hier war es, glaube ich. Aua. Gehen wir halt einfach geradeaus weiter. Nochmal. Nochmal. Nein, ich bin gestorben. Scheiße. Aber egal, ich will mir sowieso nur die Karte holen und dann werde ich mich wieder raus teleportieren. Bei dieser Dungeon, der ist mir ein bisschen schwer. So. Hier werde ich jetzt speichern, dass ich die Karte habe. Und dann schaue ich mich doch lieber nochmal kurz um, ob wir hier nach oben vielleicht nochmal hin müssen. Upsa. Hier links zum Beispiel. Ja, da muss ich jetzt wieder nach unten. Gehe jetzt nach oben. Gehe jetzt nach oben. So, da kann ich aber jetzt bloß noch nach oben. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Speichern wir nochmal. So. Verdammt, dann zwei Augen. Okay, in der Falle waren wir auf jeden Fall. Ah, okay. Wieso sollte man da rein wollen, frage ich mich. Ha, geil. Zurück geschleudert. So, den killen wir jetzt. Oh, der hat leider nichts. Auch den, der wird jetzt sterben. Das ist das zu fachsiedeln! Dann weiß ich das nicht. Wenn wir uns jetzt zu fachsiedeln, was die Teile machen können, dann können sie uns hier nicht erwischen. weil die können ja nicht durch steine schwere bei spucken heute so was bringt das jetzt keine ahnung aber das bringt das nein laden wir lieber noch mal neu und speichern hier noch mal bevor wir die vor das feuer an machen ja nein und wieder vergeigt ich musste schnell durch und gleichzeitig auch noch ausweichen und das ist ein bisschen spät mehr so kommt schon so jetzt hat nein wir bräuchten sogar einen kleinen schlüssel den hätten wir einfach nur laden hätten wir sogar so das ging jetzt aber auch richtig flott speichern wir und die zeit hat gerade gereicht um einmal kurz durch zu rennen das ist der scheiß boss oder wieso nur zeich doch erst ein so blödes augenficht gekillt und jetzt nochmal oh oh nein scheiße die frage ist ob ich das mit fünf herzen schaffe ich glaube es nicht wir porten uns zurück ich hole mir jetzt wieder ein paar herzen und dann schauen wir uns auch im dungeon weiter um ich will doch gar nicht sterben kann ich da hoch nein oh verdammt aber jetzt bin ich gestorben ich habe gedacht da geht es vielleicht hoch in einen weiteren Raum aber leider nicht so ich weiß jetzt gar nicht wie ich heimkomme welchen teleporter ich benutzen muss okay jetzt weiß ich nenn ich den da so holen wir uns wieder ein paar fehlen so holen wir uns wieder ein paar fehlen so holen wir uns wieder ein paar fehlen das hat So, zack. Nein, keine, keine, nichts. Eine Fee. Da ist eine Fee gefangen. Die will ich in der Flasche einsperren. So, jetzt noch eine Fee, wäre nett. Oder ein paar Herzen und eine Fee, wäre auch okay. Oder nur Herzen. Aber es schaut irgendwie schlecht aus. Ein Herz haben wir bekommen. So, und wieder rein, dann kriegen wir gleich die nächste. Dann können wir gleich die nächsten Büsche wieder verzaubern. In Gegenstände verwandeln. Ja, eine Fee. Komm her. Komm her. Danke. So, und jetzt müssen wir uns wieder noch Impasse Weg quälen. Speichern wir mal. Gut, also wir wissen jetzt den Weg zum Boss. Wir wissen... Was wir aber nicht haben, sind der große Schlüssel und die große Tour von dem Dungeon. Da habe ich keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Das war jetzt, glaube ich, die erste, oder? Dann haben wir jetzt Lava. Zack, und jetzt müssten wir da sein. Jopp. So, da oben bin ich jetzt dann im Impasse Dungeon drin. Könnten wir eigentlich auch zuerst fertig machen. Impasse Dungeon oder Daronias? Das weiß, könnten wir uns jetzt theoretisch aussuchen. So, hier nochmal speichern. Aber ich würde jetzt erstmal gerne... Oder? Impasse Dungeon wäre garantiert leichter. Und vielleicht kriegen wir da ja auch noch was. Ah, schauen wir einfach mal. Machen wir jetzt mal Impasse Dungeon fertig. So, hier könnten wir nach oben. Und nach unten gehen wir mal nach oben. So, wo kommen wir da hin? Nein! So. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hier sind. Geben wir einfach mal nach links. Ah, okay, jetzt sind wir da. Na, klasse. Geben wir hier zurück. Kommen wir dann hin. Wenn wir jetzt wieder bei Daronias sind, dann... ...machen wir einfach da weiter. Ich glaube, wir sind wieder bei Daronia. Nein, jetzt... Ich glaube, er stürzt ab. Ja, er stürzt ab. Ah, klasse. So, jetzt... So, Fullscreen. Spielladen. So, Spielstand. Hey, jetzt haben wir sogar wieder... Nein! Volle Herzen. Egal. So. Ich bin nach oben, glaube ich, oder? Gehen wir nochmal nach oben. So, wir haben hier volles Leben. Das speichere ich mal. So, und dann bin ich hier runter, glaube ich, oder? Genau, dann bin ich hier runter. Und ich will jetzt hier runter. Wo komme ich dann hin? Zu einem Teleporter. Wo bringt mich der hin? Hallo? Teleporter? Ah, hier. So, wo bin ich jetzt? Ich werde jetzt hier wahrscheinlich wieder zu Darunias Ruining kommen, oder? Nee, nicht mal. Gehen wir da nochmal rein. Aha, jetzt sind wir wieder am Eingang. Nein! Ja, okay. Wenn wir am Eingang haben sind, können wir auch nochmal neu laden. Gut. So, nach unten war bloß ein Teleporter. Links kommen wir zur Truhe. Benutzen wir mal diesen Teleporter. Wo sind wir jetzt? Versteckte Ruine. Dann gibt es noch einen Teleporter, den ich da gerne benutzen würde. Nämlich den da. So, wo sind wir jetzt? Gibt es einen Ausgang? Ich glaube, wir sind hier aber jetzt bei der Lava-Insel, oder? Nein, versteckte Ruine schon wieder. Ja gut, dann würde ich meinen, da oben geht es gar nicht mehr weiter. Dann gehe ich halt hier unten weiter. Und hier haben wir auch eine Truhe. Aber wir haben doch einen großen Schlüssel für die Kiste gefunden. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Wo bin ich jetzt? Schlossgebiet. Hm. Verstehe ich nicht. Wir sind doch jetzt alle Wege gegangen, oder? Hey, klau mir keine Sachen. Hm. Gehen wir nochmal zurück. Egal, wir kommen da oben auch hin. Klasse. Klasse. So, dann schauen wir mal. Ich muss jetzt hier lang. Da links war die Truhe. Da will ich jetzt lang. In den da nicht rein. Sondern in den da oben. Jetzt sind wir wieder am... Wo kommen wir da eigentlich hin? Hm. Das ist eine gute Frage jetzt. Sind wir wieder da? Gehen wir mal da oben lang. Sind wir wahrscheinlich wieder da, oder? Wo sind wir jetzt? Gehen wir mal... Ich gehe immer nach unten und dort dann rein. Gehen wir doch mal einfach hier weiter rein. Ah ja, das bringt ja wirklich viel. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Laden wir einfach nochmal. Mist. Nein. Nein. Jetzt falle ich dauernd runter. Will ich doch nur schauen, ob es hier weitergehen würde. Nein. Also ich habe keine Ahnung, wie man Impass Wege zu Ende macht. Ganz ehrlich. Machen wir doch einfach mal... Oh verdammt, wie kommen wir jetzt noch mal zu der Runia? Ach genau. Nein. Ich muss hier. Ich muss dann hier runter.